So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play BattleBlock 4 Time mit mir, Erik von Gamer4GamesHade, ne Gamer4GamesHade, ja wir machen weiter bei Level 4,3, da sind wir stehen geblieben. Ich hoffe sicher, dass du Gamer findest, und nicht Tod. Die Kabel ist Schrott gegangen, und deswegen ist das noch ein bisschen beschissen, ich kann nix machen quasi. Und ja, das ist eigentlich der Grund dafür. Ich hab das Gefühl, ich kann da irgendwie hoch, aber anscheinend nicht. So, egal, wir spielen weiter. Oh Gott, gosh, nein, aah! Hm, ich brauch den Gem. Krieg ich den denn? Juhu! Er hat mich da runter geschlagen. Hau ab! Juhu! Hoch da! So! Oh Gott! Mann! Schau mal da rein! Das ist nicht gut! Nein! Boah, Alter! Ich will da mal hängen. Ach so! Das ist sowas wie so'n Zyklus quasi. Na, alles klar. Na, egal. Ich hab das Gefühl, die Musik ist ein bisschen lauter, aber in Relation zu meiner Stimme ist das, glaube ich, eigentlich ziemlich okay. Trotzdem will ich sie... Ach, nicht Erfolge. Ja. Ich kann nicht. Steam ist im Moment im Offline-Modus. Da sieht man's nochmal. Ich... Ich bin im Offline-Modus. Ähm... Bla bla bla... Einstellungen... Ja... Ja... So. So, lassen wir das jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin das ganze jetzt... Das scheiß amerikanische Wort da. Okay, wir müssen mal aufpassen kurz hier. Ich muss noch mal checken, wo's hier überhaupt lang geht. Überhaupt was? Alter! Fuck so ab, ne? Hau ab! Oh! Schon wieder! Oh shit! Oh my goodness gracious! So! Hm, die kommen schon da hin? Hm. Da muss definitiv irgendwas rein. Oh, ich glaub ich muss den Stein von da oben holen. Ich hab das Gefühl so... Ich hab so ein Gefühl, dass ich das machen muss. So. Ah, jetzt fallen wir da runter. Alles gleich hin. Das erste hätten wir schon mal. Wir brauchen aber noch was. Noch einen. Bam. Drinnen ist es. Oh, ich hab das Gefühl... Wir brauchen noch einen. Shit, wir brauchen noch einen. Oh, den krieg ich ja nicht mehr raus, ne? Scheiße, nein! Fuck! Stop that thief! Ach, scheiße! So beschissen! Oh! Oh fuck! Ups! So. Juhu! Schafft! Und wir haben nur 5 Minuten für dieses Level gebraucht. Ungefähr. Ja, scheiße, das Team-Item-Server. Ich würd jetzt bestimmt irgendwann Sachen bekommen oder so. Moment mit dem Momentar. Das ist perfekt, aber besser als Verlust! Das ist scheiße. Na egal. Machen wir weiter. Sechste Folge. Wir müssen schon bei Level 4 3. Nein. Es gibt irgendwie 8 Kapitel oder so. Ich bin mir nicht sicher. Na, ich freu mich schon auf ne Cutscene wieder. Oh, das sieht mal ganz anders aus hier. Warte, 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 warte. Ja, das war so beabsichtig, alles klar. Warte, 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 warte. Ach man, manchmal, ach, ne, warte. Das machen wir nochmal. Level zurück. Nochmal. Oh, Gems of 3 will set you free. So. Und jetzt nochmal. Den hier können wir schon mal... Oh, scheiße. Ja, wenn man nämlich brennt und dann ins Wasser springt, kriegt man so einen Boost wie auf diesen Steinen da vorne. Das ist ziemlich praktisch. Ach komm. Ne, doch. Ja, siehst du mal. Oh, ups. Ach so. Hä? B, oder? Alter. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Jetzt komm. Geh. Alles klar, ich hab doch keine Idee. Ach so. Ich hab grad auf den falschen Knopf gedrückt. Ach. Scheiße. Ich hab grad auf den falschen Knopf gedrückt. Ach. Scheiße. Ich hab grad auf den falschen Knopf gedrückt. Alles klar. Oh, ich hab grad auf den falschen Knopf gedrückt. Wie, wie fett ist das denn bitte? Hey! Oh! Kumpel! Ich muss mein Fett haben. Ich Idiot. Ich hab grad auf den falschen Knopf gedrückt. Ah, ich hab grad auf den falschen Knopf gedrückt. Ach. 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 Läuf ALTER OH Er ist versucht zu mir zu kommen voll süß ey OH GOD GOD Ich zau doch nicht ab Ob es nicht springen so Ey das ist ja voll das geile Was für das geile Vieh war da ohne Witz Ich glaube hier muss ich gar nicht lang Ich habe ja schon einen besseren Checkpoint So dann geh mal Oh ich kann nicht nicht ich muss ohne ihn weiter sagst du Muss ich gar nicht nein wer ist das hier Ach man ohne Witz warum mache ich denn das Ist doch besser Alter ohne Witz Oh Gott Oh natürlich muss ich hier hinten starten Was denn auch sonst Ich könnte gerne so eine Granate haben Das ist doch ein Scherz man Was das Oh Gott Ich bin halt voll unkonzentriert Das ist ganz schön kontraproduktiv hier In 10 Minuten nur 2 Level oder was Ja gut die werden zwar schwerer aber trotzdem So schwer sind Das ist einfach eine Idiotische Inkompetenz die mich hier gerade Antreibt Stopp Oh Gott Schade Da können wir uns Ich glaube wir haben auch nicht alle gefunden Wieder Ja ja bla bla Und doch wir haben alle Geh für die A Plus 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 Nicht springen Bin ich neblich Ohne Witz Ach komm schon Schade Ja die ersten paar Ventilatoren haben wir ja schon ausgestellt Bam Schon besser So aus Boah 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 Ich bin so Boah Ohne Witz Oh warte 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 Oh warte 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 Nein Warte Bam Guck mal jetzt Das hat nämlich einen kleinen Sinn Wenn ich das hier gemacht hab Endlich hab ich auch mal diesen scheiß Ding ins Da bekriegt man ja neue Waffen hier Okay So Dann können wir jetzt hier lang gehen Most people die hier It's okay if you do two Weißt du bei solchen Stellen Oh Ich wollt grad sagen bei solchen Stellen Oh Gott Bei solchen Stellen sterbe ich nicht Gott Hallo Alter Scheiße Ah Geschafft Geschafft Juhu Soll ich doch das Level shoppen wir noch Bla bla Dam dam Aber ich glaube ich kann nix im ähm Ich kann nix im äh Gift Shop hier kaufen Also neue Waffen und so Wegen dem ähm Na komm das Level machen wir noch Weil meine Internetverbindungen es gibt Was steht hier Man kann hier nix erwerben und so Weil die Steam Verbindungen offline sind Und naja Oh warte mal Übrigens hab ich ja noch so einen neuen Typen Wie ihr hier seht Oh Gott Ich hab ne Idee Moment Na wenn das jetzt hier vorbei ist Alles klar Geht nicht Oh Gott Aber dafür geht's doch Hey da ist zwei Juhu So Man Ich will auf jeden Fall so ne Handgranate haben Was mach ich denn jetzt hier Oh Da war irgendwas Ich weiß auch nicht was ich tun soll Also Alles klar Habe ich irgendwas übersehen? Hm Hm? Ich steh nicht ganz Ich steh vor einem Rätsel Okay Und schon fassen sich die Leute an den Kopf Und denken so Alter bist du dämlich Ich weiß gerade echt nicht was ich tun Oh wow Oh wow Das ist mir auch einer vorher sagen können Toll Na super Weißt du Das war wieder mal so simpel Und ich denk immer kompliziert Hau ab Hau ab Na Gott Ich war noch wieder am Leben So Warte mal bevor wir weiter gehen Achso das ist Ex Ja gut Egal da wollen wir noch nicht hin Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen Ja bei mir ist jetzt gerade Der zweite Weihnachtstag Wie war denn das Weihnacht Wie war das Weihnachten Altarisch Nein wie war denn Weihnachten bei euch? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben Wie es bei euch war So Oh Gott What the fuck Okay Alles klar Boah diese Katzen ne Die sind so aufdringlich ne Diese Viecher Oh da ist wieder so ein süßes Ding Oh Das nicht Das meinte ich nicht Komm her mein Komm her mein Kleiner Theoretisch müsste ich hier runter Juhu Oh nein Der kommt nicht mit hoch Guck mal wie er Der kommt nicht mit hoch Guck mal wie er versucht Der kommt nicht mit hoch Wow Wuhu Juhu Ja Wuhu Bam 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 Yeah Ich brauch kein A+, ey reicht mir schon Dau Alles Klärchen Ja das war's dann wohl mit dieser Folge von Battlelog Fielter Ich hoffe sie hat euch wieder mal schön gefallen Und ja Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh, Leute, ich kann so einen Jupperschlag machen, muss ich gar nicht. Ja, egal. Ciao.